Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Marco Neumann und heute wirst Du eine wunderschöne Traumreise in einem magischen Zug unternehmen. Wir durchqueren dabei traumhafte Orte voller Magie und Wunder. Und am Ende kannst Du Dir einen Ort aussuchen, an dem Du gerne in Deinem Traum verweilen möchtest. Wenn das gut für Dich klingt, dann mach es Dir schön gemütlich, denn unsere Reise beginnt jetzt. Du stehst allein auf einem kleinen, ruhigen Bahnhof mit nur einem Gleis, eingehüllt in die beruhigende Stille der Nacht. Der Himmel über Dir erstreckt sich endlos. Ein dunkles Meer, durchzogen von unzähligen funkelnden Sternen, die wie diamantene Lichter die Dunkelheit erhellen. Es ist eine wunderschöne, laue Sommernacht. Eine sanfte Brise umschmeichelt Deine Haut, bringt die Blätter der nahen Bäume zum Rascheln und trägt den lieblichen Duft von frischem Gras und den zarten Hauch von Blumen, die in der Nähe blühen, zu Dir herüber. Das warme, einladende Licht einer einzelnen Laterne auf dem Bahnsteig hüllt Dich in einen Kokon aus Geborgenheit und Sicherheit. Es scheint, als sei dieser Moment einzig und allein für Dich geschaffen, eine Oase der Ruhe inmitten des hektischen Alltags. Mit jedem Atemzug, den Du tief in Deine Lungen strömen lässt, spürst Du, wie die Anspannung und der Stress des Tages langsam von Dir abfallen. Die Geräusche der Natur und das sanfte Zirpen der Grillen verschmelzen zu einer Symphonie der Gelassenheit. Sie wiegen Dich in einem Zustand der Entspannung, während Deine Gedanken träge durch Deinen Kopf wandern, nicht länger gefesselt von den Sorgen und Pflichten des Alltags. Du gibst Dich ganz diesem außergewöhnlichen Moment hin, kostbar und einzigartig in seiner friedvollen Schönheit. In der Stille der Nacht drängt ein neues Geräusch an Dein Ohr, Zunächst kaum wahrnehmbar, doch stetig an Präsenz gewinnend. Es ist ein sanftes, rhythmisches Rattern, das sich harmonisch in die nächtliche Szenerie einfügt, als wäre es schon immer ein Teil von ihr gewesen. Langsam, ganz allmählich wird es lauter, nähert sich dem kleinen Bahnhof, an dem Du stehst. Deine Neugier ist geweckt, doch Du verspürst keine Unruhe, denn das Geräusch wirkt nicht aufdringlich oder störend, sondern irgendwie beruhigend. Du blickst an den Schienen entlang und entdeckst in der Ferne ein Licht, das sich kontinuierlich nähert. Es ist kein grelles, unangenehmes Licht, sondern ein warmer, freundlicher Schein, der sich sanft einen Weg durch die Dunkelheit bahnt. Mit wachsender Faszination beobachtest Du, wie das Licht näher kommt und sich schließlich als ein außergewöhnlicher Zug entpuppt, der gemächlich in den Bahnhof einfährt. Dieser Zug ist wie kein anderer, den Du je zuvor gesehen hast. Er leuchtet und schimmert in zarten, pastellfarbenen Tönen, die sich harmonisch in das nächtliche Himmelszelt einfügen. Das warme Licht, das von ihm ausgeht, berührt behutsam die Umgebung, ohne die Sterne zu überstrahlen. Stattdessen scheint es, als würde der Zug die Schönheit der Nacht noch unterstreichen, als wäre er ein natürlicher Teil dieses verzauberten Moments. Nach und nach kommt der Zug zum Stehen. Die Türen öffnen sich lautlos. Aus dem Inneren strömt ein einladendes Licht und ein Mann tritt auf den Bahnsteig. Der Zugführer. Er hat ein freundliches Lächeln auf den Lippen und strahlt eine Aura von Weisheit und Güte aus. Mit ruhigen, bedächtigen Schritten nähert er sich Dir. Guten Abend begrüßt er Dich mit einer Stimme, die so warm und beruhigend ist wie eine Tasse heißer Tee an einem kalten Winterabend. Ich bin der Zugführer dieses ganz besonderen Zuges. Er ist hier, um Menschen wie Dich auf eine Reise zu den Landschaften ihrer Träume zu entführen. vorbei an magischen Orten und verzauberten Welten. Er deutet einladend auf den Zug und Du spürst, wie eine Welle der Vorfreude durch Deinen Körper strömt. Dieser Zug fährt der Zugführer fort, ist ein sicherer Hafen, ein Ort der Ruhe und Entspannung. An Bord wirst Du die Gelegenheit haben, Dich zurückzulehnen und die Wunder zu bestaunen, die hinter jeder Biegung auf Dich warten. Lass Dich einfach fallen, genieße die Reise und finde Frieden in den Landschaften Deiner Träume. Mit einer einladenden Geste tritt der Zugführer zur Seite und öffnet Dir den Weg in den wartenden Zug. Das warme Licht, das aus dem Inneren strömt, lockt Dich näher, verheißt Geborgenheit, Abenteuer und die Chance für einen kostbaren Moment dem Alltag zu entfliehen. Du holst tief Luft, spürst, wie ein Lächeln Deine Lippen umspielt und machst den ersten Schritt auf den Zug zu, bereit, Dich auf diese einzigartige Reise zu beginnen. Und die Wunder zu entdecken, die in den Landschaften Deiner Träume auf Dich warten. Mit einem Gefühl der Vorfreude und Neugier betrittst Du den außergewöhnlichen Zug. Als Dein Fuß die Schwelle überquert, hüllt Dich sofort eine Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit ein, als würde der Zug Dich willkommen heißen. Das angenehme Licht, das den Eingangsbereich durchflutet, leitet Dich den Gang entlang, vorbei an gemütlichen Abteilen, die eine einladende Ausstrahlung haben. Du entscheidest Dich für ein Abteil, das Deine Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht. Beim Eintreten bemerkst Du sofort die behagliche Einrichtung. Weiche, bequeme Sitze in beruhigenden Farbtönen laden Dich ein, Platz zu nehmen und Dich niederzulassen. Du sinkst in die Polster und spürst, wie Dein Körper sofort in dem komfortablen Sitz versinkt, gehalten von seiner wohligen Umarmung. Das Innere des Abteils ist mit liebevollen Details gestaltet. Warme Holztöne verleihen dem Raum eine natürliche Note, während dezente Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre schafft. Weiche Vorhänge rahmen die Fenster ein, bereit, den Blick auf die vorbeiziehenden Traumlandschaften freizugeben. Mit einem kaum spürbaren Ruck setzt der Zug sich in Bewegung. Das leichte Vibrieren der Räder auf den Schienen überträgt sich auf Deinen Körper. Eine subtile Massage, die Deine Muskeln entspannt und Dich noch tiefer in den Sitz sinken lässt. Das gleichmäßige Rattern des Zuges wirkt hypnotisierend wie ein Schlaflied, das Dich sanft in einen Zustand der Trance versetzt. Während der Zug an Fahrt gewinnt, spürst Du, wie Deine Gedanken sind. Die Gedanken zur Ruhe kommen. Die Sorgen und der Stress des Alltags verblassen, als würden sie mit jedem verstreichenden Kilometer zurückgelassen. Stattdessen breitet sich eine tiefe Entspannung in Dir aus, die von den Fußspitzen bis in die Haarspitzen fließt. Dein Atem verlangsamt sich, passt sich dem Rhythmus des Zuges an. Ein- und ausströmend im Einklang mit dem beruhigenden Fahrtgeräusch. Dein Atem verlangsamt. Dein Atem verlangsamt. Dein Atem verlangsamt. Dein Atem verlangsamt. Die Umgebung ist in warmes Licht getaucht, die Farben schimmern in einer nie gesehenen Intensität. Bäume, Wiesen und Hügel verschmelzen zu einem Kaleidoskop aus Schönheit. Du hast das Gefühl, als würde die Landschaft direkt Deiner Fantasie entsprengen. Ein Spiegelbild Deiner innersten Träume und Sehnsüchte. Eine Welle der Dankbarkeit durchströmt Dich, als Du erkennst, welch einzigartiges Geschenk Dir dieser Zug und diese Reise sind. Du lehnst Dich zurück, schließt Deine Augen und gibst Dich ganz dem Gefühl der Vorfreude und Entspannung hin. Mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung des Zuges spürst Du, wie Du tiefer in einen Zustand der Ruhe und des Friedens gleitest. Dein Körper wird schwer, angenehm eingehüllt in die Wärme und Geborgenheit des Abteils. Dein Geist ist ruhig und klar. Die Vorfreude auf die bevorstehende Reise, auf die Wunder, die Dich erwarten, durchzieht Dich wie ein feiner elektrischer Strom. Du weißt, dass dieser Zug Dich an Orte bringen wird, die jenseits Deiner Vorstellungskraft liegen. Orte, an denen Magie und Schönheit Hand in Hand gehen. Und doch verspürst Du keine Unruhe, sondern ein tiefes Vertrauen, dass alles genauso sein wird, wie es sein soll. Und so fährst Du in die Nacht hinein. Gehalten von der Wärme und dem Komfort des Zuges, begleitet von den beruhigenden Fahrtgeräuschen auf den Schienen und umgeben von einer Welt voller Wunder, die darauf wartet, von Dir erkundet zu werden. Und mit jedem verstreichenden Moment sinkst Du tiefer in einen Zustand absoluter Entspannung, bereit für die magische Reise, die vor Dir liegt. Die Stille im Abteil wird behutsam von der warmen Stimme des Zugführers durchbrochen, die über die Lautsprecher erklingt. Meine lieben Fahrgäste, beginnt er in einem Ton der Geborgenheit und Vorfreude vermittelt. Wir werden nun den magischen Wald der Lichter durchqueren. Ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen. und an dem die Tiere und Pflanzen in einer gemeinsamen Sprache miteinander kommunizieren. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie sich von den Wundern dieses einzigartigen Ortes verzaubern. Mit diesen Worten verstummt die Durchsage und eine erwartungsvolle Stille breitet sich im Abteil aus. Du spürst, wie die Vorfreude in Dir wächst, während der Zug langsam durch die Nacht gleitet, dem magischen Wald entgegen. Durch das Fenster siehst Du, wie die Landschaft sich allmählich verändert. Die Dunkelheit weicht einem sanften Schimmern, das zwischen den Bäumen hervorscheint und die Umgebung in ein geheimnisvolles Licht taucht. Dann, mit einem Mal, taucht der Zug in den magischen Wald der Lichter ein. Ein Meer von Farben und Licht umgibt Dich, so wunderschön und verzaubernd, dass es Dir den Atem raubt. Die Bäume erstrahlen in einem zarten Leuchten. Ihre Blätter schimmern in allen Schattierungen von leuchtendem Grün. Es sieht so aus, als hätten unzählige Glühwürmchen ihr Zuhause in den Ästen und Zweigen gefunden, um den Wald in ein Meer aus funkelnden Sternen zu verwandeln. Zwischen den leuchtenden Bäumen kannst Du Bewegungen ausmachen. Tiere in allen Formen und Größen streifen durch das Unterholz. Sie schimmern im Licht des Waldes. Einige von ihnen bleiben stehen, als der Zug vorbeifährt. Und es scheint, als würden sie die Fahrgäste mit freundlichen Blicken begrüßen. Du hörst ihre Stimmen, ein melodisches Flüstern und Rascheln, das sich mit den rhythmischen Fahrtgeräuschen des Zuges vermischt und eine Melodie von Frieden und Harmonie erzeugt. Auch die Pflanzen im magischen Wald scheinen zum Leben erwacht zu sein. Blumen und Fahne in allen erdenklichen Farben wiegen sich sanft im zarten Fahrtwind. Ihre Blütenblätter öffnen und schließen sich, als würden sie winken und den Zug willkommen heißen. Ranken und Schlingpflanzen winden sich in sanften Bögen von Baum zu Baum. Ein Netz aus leuchtendem Grün, das den Wald zu einem Ort der Geborgenheit und des Friedens macht. Inmitten dieser atemberaubenden Szenerie fährt der Zug gemächlich weiter. Gleitet sanft durch den magischen Wald und ermöglicht es dir, jedes Detail in dich aufzunehmen. Male dir die Umgebung auf deine innere Leinwand. Gleitet sanft durch den magischen Wald. Gleitet sanft durch den magischen Wald. Die Lichter tanzen auf deiner Haut, hüllen dich ein in ihre warme, tröstende Umarmung. Du fühlst dich, als wärst du ein Teil dieser verzauberten Welt geworden. Eins mit der Magie und der Schönheit, die dich umgeben. Die Atmosphäre im Abteil ist von einer tiefen Ruhe erfüllt. Die anderen Fahrgäste sitzen schweigend da, gefangen von dem Anblick, der sich ihnen bietet. Ihre Gesichter sind entspannt. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen. Es scheint, als hätte der magische Wald all ihre Sorgen und Ängste fortgewischt. Als hätte er einen Zauber der Gelassenheit und des inneren Friedens über sie gelegt. Und so gleitet der Zug weiter durch den Wald der Lichter. Eine Oase der Ruhe und Schönheit inmitten der Nacht. Jeder Moment ist erfüllt von Staunen und Verwunderung. Von der stillen Freude Teil dieser einzigartigen Reise zu sein. Und mit jedem leisen Rattern auf den Schienen, mit jedem Funkeln der Lichter, sinkst du tiefer in einen Zustand absoluter Entspannung. Dein Geist und dein Körper im Einklang mit der Magie, die dich umgibt. Die warme Stimme des Zugführers ertönt erneut über die Lautsprecher. Gerade als die letzten Lichter des Magischen Waldes hinter dem Zug verblassen. Verehrte Fahrgäste, beginnt er mit einem Hauch von Vorfreude in seiner Stimme. Als nächstes werden wir einen Ort von unvergleichlicher Schönheit und tiefem Frieden passieren. Hier finden all jene, die von uns gegangen sind, geliebte Personen und Tiere, ewige Freude und Glückseligkeit. Lassen sie uns gemeinsam einen Blick auf diese wundervolle Welt werfen, während wir langsam durch ihre Gefilde gleiten. Kaum sind seine Worte verklungen, bemerkst du eine subtile Veränderung in der Atmosphäre. Das Licht, das durch die Fenster des Zuges strömt, nimmt einen warmen, goldenen Ton an, als würde die Sonne selbst den Weg weisen. Eine sanfte Brise erfüllt vom Duft unzähliger Blumen umspielt dein Gesicht und lädt dich ein, tief durchzuatmen und die friedliche Energie dieses besonderen Ortes in dich aufzunehmen. Dann, wie durch Zauberhand, öffnet sich vor dir eine atemberaubende Landschaft. Geschwungene Hügel, bedeckt mit saftigem Gras in den lebhaftesten Grüntönen, erstrecken sich bis zum Horizont. Blumen in allen Farben, die es nur gibt, wiegen sich leicht im Wind. Ihre Blütenblätter schimmern wie kostbare Edelsteine im goldenen Licht. Kristallklare Bäche schlängeln sich durch die Wiesen. Ihr Wasser glitzert wie flüssiges Silber und erfüllt die Luft mit dem sanften Plätschern unendlicher Harmonie. Inmitten dieser Pracht entdeckst du die Bewohner des Landes hinter dem Regenbogen. Es sind die Seelen jener, die uns auf der Erde gelebt und begleitet haben. Geliebte Familienmitglieder, treue Freunde, Tiere und all jene, die einen besonderen Platz in unseren Herzen hatten und immer noch haben. Sie wandeln Hand in Hand durch die Wiesen. Ihre Gesichter strahlen vor Freude und innerem Frieden. Ihr Lachen vermischt sich mit dem Gesang der Vögel zu einer Symphonie der Glückseligkeit, die dein Herz mit Wärme und Trost erfüllt. Ja, dieser Anblick tröstet dich ungemein. Es ist so schön zu wissen, dass es allen, die von uns gegangen sind, so gut geht und es ihnen an nichts fehlt. Der Zug gleitet langsam durch diese traumhafte Landschaft und ermöglicht es dir, jedes Detail in dich aufzunehmen. Du siehst Menschen, die unbeschwert durch die Blumenfelder toben. Ihre Augen funkeln vor Lebensfreude. Einige Menschen sitzen auf gemütlichen Bänken. Eingehüllt in eine Aura der Weisheit und Zufriedenheit. Auch die Tiere, die einst an unserer Seite waren, sind hier zu finden. Ihr Fell, ihre Haut oder ihr Gefieder glänzend und ihre Augen voller Liebe. Eine tiefe Ruhe breitet sich in dir aus, während du diese Szenen beobachtest. Das Land hinter dem Regenbogen. Nimmt alle deine Sorgen und Ängste von dir. Als würde es dich einhüllen in einen Mantel aus Frieden und Geborgenheit. Du spürst eine tiefe Verbundenheit mit diesem Ort und seinen Bewohnern. Eine Verbundenheit, die über die Grenzen von Zeit und Raum hinausgeht. Das Land hinter dem Regenbogen. Das Land hinter dem Regenbogen. Der Zug fährt weiter, gleitet behutsam durch die Landschaft. Und mit jedem verstreichenden Moment sinkst du tiefer in einen Zustand der Entspannung und des inneren Friedens. Die Wärme der goldenen Sonne. Das sanfte Plätschern der Bäche. Und das fröhliche Lachen der Bewohner wiegen dich in einem Gefühl der absoluten Geborgenheit. Und so fährst du in deinem Leben, in deinem Leben, in deinem Leben, in deinem Leben. Und so fährst du dahin durch das Land hinter dem Regenbogen. Einen Ort, an dem Liebe und Freude ewig wären. Jeder Atemzug ist erfüllt von der Magie und der Schönheit dieses besonderen Ortes. Jeder Moment ein Geschenk, das du tief in deinem Herzen bewahrst. Und mit jedem Geräusch des Zuges auf den Schienen spürst du… Wie deine Seele heilt und sich mit neuem Leben und Hoffnung füllt. Die sanfte Stimme des Zugführers ertönt erneut über die Lautstärke. Liebe Reisende, als nächstes führt uns unsere Fahrt an einen Ort der Ruhe und Besinnung. Lassen sie uns gemeinsam die Schönheit eines Strandes bewundern, an dem die Zeit selbst den Atem anzuhalten scheint. Mit diesen Worten spürst du, wie eine Welle der Vorfreude durch das Abteil zieht. Die Atmosphäre ist erfüllt von einer stillen Erwartung, als der Zug leise durch die sich wandelnde Landschaft gleitet. Die Farben verändern sich, werden weicher und pastellfarbener. Bis schließlich der Ozean am Horizont auftaucht. Ein Band aus schimmerndem Türkis, das sich bis ins Unendliche zu erstrecken scheint. Und dann ist er da, der Strand, von dem der Zugführer gesprochen hat. Durch die großen Fenster des Zuges hast du einen atemberaubenden Blick auf dieses Naturwunder. Feiner, weißer Sand erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Glitzernd und funkelnd im Licht der Sonne, wie ein Meer aus Diamanten. Das türkisfarbene Wasser schimmert in sanften Wellen. Ein perfekter Kontrast zum tiefblauen Himmel darüber. Obwohl der Zug nicht anhält, hast du das Gefühl, als würde die Zeit selbst für einen Moment stillstehen. Das leise Rauschen der Wellen dringt an dein Ohr. Eine Melodie von unendlichem Frieden und tiefer Ruhe. Du schließt die Augen und atmest tief ein. Lässt die salzige Meeresbrise dein Gesicht liebkosten und spürst, wie dein ganzer Körper sich entspannt. Es fühlt sich an, als würde dieser magische Ort direkt zu deiner Seele sprechen. Jede Faser deines Seins sehnt sich danach, einst zu werden mit der Stille und der Schönheit dieses Augenblicks. Und obwohl du den Strand nur aus der Ferne betrachtest, spürst du seine heilende Wirkung, als würde er alle Sorgen und Ängste ganz und gar von dir nehmen. Die anderen Reisenden im Abteil scheinen denselben Zauber zu verspüren. Ihre Gesichter sind entspannt. Ihre Augen leuchten mit einem stillen Staunen. Für einen kostbaren Moment sind alle vereint in der Betrachtung dieser atemberaubenden Szenerie. Gefangen von der zeitlosen Schönheit der Natur. Und so gleitet der Zug langsam an diesem Ort der Ruhe vorbei, während du jeden Augenblick in dich aufnimmst. Das glitzernde Sandes. Das zarte Türkis des Meeres. Das rauschende Wellen. All diese Eindrücke prägen sich tief in dein Herz ein. Eine Erinnerung an einen Ort, an dem die Seele Frieden findet. Mit jedem verstreichenden Moment spürst du, wie dein Geist klarer wird. Wie deine Perspektive sich weitet. Der Anblick dieses Strandes, wenn auch nur flüchtig, hat etwas in dir berührt. Die Welt hat dir einen Hauch der Ewigkeit geschenkt, inmitten der sich ständig wandelnden Welt. Der Zug fährt weiter, trägt dich langsam fort von diesem magischen Ort. Doch die Erinnerung bleibt ein kostbares Geschenk, das du tief in deinem Herzen bewahrst. Und wann immer du in Zukunft Ruhe und Frieden suchst, wird dein Geist zurückkehren an diesen Strand, an dem die Zeit stillzustehen scheint und die Seele Heilung findet. Als die letzte der drei magischen Landschaften hinter dem Zug fährt, und den Zug verblasst, ertönt erneut die warme Stimme des Zugführers über die Lautsprecher. Liebe Reisende, beginnt er mit einem Hauch von Wehmut und Wärme. Unsere gemeinsame Reise neigt sich dem Ende zu. Doch bevor wir uns voneinander verabschieden, möchte ich Sie einladen, noch einmal in Gedanken zu den wundervollen Orten zurückzukehren, die wir gemeinsam besucht haben. Wählen Sie jenen Ort, der Ihr Herz am meisten berührt hat, und lassen Sie ihn den Schauplatz Ihrer Träume werden. Mit diesen Worten spürst du, wie eine angenehme Müdigkeit sich in deinem Körper ausbreitet. Die rhythmischen Bewegungen des Zuges wiegen dich in einen Zustand tiefer Entspannung, während dein Geist noch einmal die Bilder der magischen Landschaften vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lässt. Da ist der Wald der Lichter mit seinen schimmernden Farben und den flüsternden Stimmen der Tiere und Pflanzen. Das Land hinter dem Regenbogen erfüllt von der Liebe und Freude jener, die von uns gegangen sind. Und schließlich der Strand der zeitlosen Ruhe, an dem die Seele Frieden und Heilung findet. Während du so in Gedanken versunken bist, spürst du, wie der Zug langsamer wird. Draußen vor den Fenstern breitet sich eine samtene Dunkelheit aus, als würde die Nacht selbst dich sanft in ihre Arme schließen. Der Zugführer flüstert nun, seine Stimme ein sanftes Wiegenlied. Schließen Sie Ihre Augen, liebe Reisende, und lassen Sie sich fallen in das Reich der Träume. Vertrauen Sie darauf, dass die Magie unserer Reise sie auch dorthin begleiten wird. Du schließt deine Augen und atmest tief ein. Spürst, wie die letzten Anspannungen des Tages von dir abfallen. Der Zug gleitet nun in einen Tunnel der Dunkelheit. Das sanfte Geräusch auf den Schienen, ein beruhigender Rhythmus, der dich tiefer und tiefer in die Welt des Schlafes geleitet. In Gedanken kehrst du zurück an jenen besonderen Ort, den du für deinen Traum ausgewählt hast. Du siehst die Farben, hörst die Klänge und spürst die Magie, die dich dort erwartet. Ein Lächeln breitet sich auf deinem Gesicht aus, während dein Bewusstsein langsam hinübergleitet in das Reich der nächtlichen Fantasien. Mit dem monotonen Rhythmus des fahrenden Zuges im Hintergrund und den Bildern deiner Traumlandschaft im Kopf, trifftest du schließlich vollends ab in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Dein Atem wird ruhig und gleichmäßig. Dein Körper entspannt sich in den weichen Kissen deines Sitzes. Und so beginnt deine eigene, ganz persönliche Traumreise. Geleitet von der Magie der Orte, die du auf dieser wundersamen Zugfahrt kennenlernen durftest. In deinen Träumen erwachen die Landschaften zum Leben, entfalten sich in einer Pracht und Lebendigkeit, die alles übertrifft, die alles übertrifft, was du je zuvor erlebt hast. Hier in den Weiten deines schlafenden Geistes bist du frei. Frei, frei zu erkunden, zu staunen und zu wachsen. Und wenn du am Morgen aufwachst, wird ein Hauch dieser Magie an dir haften bleiben. Eine Erinnerung an die Wunder, die in dir und um dich herum auf ihre Entdeckung warten. Schlafe ein, geborgen in den Armen der Nacht. Und umhüllt von den Verheißungen deiner Träume. Möge diese Reise dich verändert und bereichert haben. Und mögest du ihre Magie hinaustragen in die Welt. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Inspiration für alle, denen du begegnest. Gute Nacht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018